Hallihallo, hallöchen, mein lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ja, ich bin der Onkel und weiter geht es hier noch nicht. Wie ihr seht, seht ihr gerade ein Standbild. Und zwar liegt es selber daran, dass ich euch vorher noch sagen muss, dass leider in dieser Aufnahme mein Mikrofon wieder nicht aufgenommen wurde. Ja, ich weiß nicht, was das anderen soll, dass mein Programm, mein Mikrofon in einzelnen Parts nicht aufnimmt. Das ist uns jetzt in letzter Zeit ja ziemlich oft passiert bei den ganzen Let's Plays, dass da immer mal ein Part war, der nicht vertont oder der nachvertont werden musste. Das Problem diesmal, ich habe keine Zeit zum Nachvertonen und deswegen setze ich das hier davor. Der Part sollte ja gestern schon rauskommen, aber da konnte ich ja wegen dem vorgestrigen Livestream nicht nachvertonen. Und ja, und diesmal kam ich auch wieder nicht dazu zum Nachvertonen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich sage euch einfach jetzt vorher Bescheid, dass dieser Part leider ein stummer Part ist. Und also ihr hört die Soundeffekte, alles hört ihr, aber leider keine Stimme. Und ja, bitte entschuldigt das. Das ist natürlich nicht mit Absicht gewesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und habt trotzdem Spaß an dem Part. Und ja, was bleibt mir jetzt auch weiter anderes übrig zu sagen als viel Spaß mit dem stummen Part von No Man's Sky. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Was ist das? 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 Was ist das?